Früher war das die Aufforderung dazu, steh auf, flüchte, unternimm etwas, nimm etwas zu dir, betäube dich und so weiter. Heute ist das die Aufforderung zu, ändere nichts, wenn alles gut so ist, wie es ist, oder ändere auch nichts. Dann, wenn es nicht gut ist, aber durch nichts tun es, besser werden kann.